Herzlich Willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachfall IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nils Kappen und ich möchte Ihnen im folgenden Videocast einmal zeigen, wie das Windows Phone 7, in meinem Fall das HTC Mozart 7, an Office 365 angeboten wird. Viel Spaß! Wir beginnen auf dem Startscreen des Windows Phone 7. Um ein neues Mailkonto hinzuzufügen, wischen wir auf dem Startscreen einmal von rechts nach links. Von dort aus können wir in den Punkt Einstellungen gelangen und unter Einstellungen wird der Punkt E-Mail-Konten geöffnet. Um nun ein Office 365 E-Mail-Konto hinzuzufügen, wird oben auf das Plus geklickt, Konto hinzufügen, wo sich auch schon gleich eine Auswahl vorhandener oder vorinstallierter Konten befindet. Da sich bei den Cloud-Diensten von Microsoft um ein Exchange 2010 handelt, wird hier der Punkt Outlook Exchange und Outlook Web App geöffnet. Hier verlangt nun der Einrichtungsassistent oder der Einrichtungs-Wizard eine E-Mail-Adresse. Ich tippe die hier mal ein, das ist in meinem Fall n.kappen at himmlische-id.de und darunter tippe ich auch noch das Passwort ein, welches ich vergeben habe. Sofern das abgeschlossen, bestätige ich unten mit Anmelden. Man sieht nun, dass das E-Mail-Konto versucht, meine Einstellungen automatisch zu finden. Dank Autodiscover ist das bei mir möglich. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, sehe ich unter E-Mail-Konten ein weiteres Konto. Ich öffne das nun einmal. Dort sehe ich nun, was alles synchronisiert wird. E-Mails, Kontakte und Kalender synchronisiere ich. Ich synchronisiere alle E-Mails der letzten drei Tage. Und auch hier sehe ich den Server, den pod51007.outlook.com. Das ist der Server, worauf mein Exchange in der Cloud momentan läuft. Nun gehe ich wieder zurück auf den Home-Button. Dort ist nun ein weiteres Outlook eingerichtet. Und wie wir sehen, ist auch Mail-Datum vorhanden. So, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de Auf Wiedersehen. Aber bei der nächsten Mal. Auch bei der einsteigerapatenden, peut-allerui, Auf Wiedersehen. Wenn, was es bei der Alt-Geräusche hier in mind los war, wenn, was es bei der Alt-Geräusche hier in der Zeit geschieht. Aber ich will sicher die Patientin sein,